In der 19. Episode des Corvus Korax Podcast versuche ich, in den Anarchismus über das Verhältnis zwischen Anarchismus und Staat einzuführen. Falls euch die Episode gefällt und oder ihr den Podcast generell unterstützen wollt, dann werft auch einen Blick in die Beschreibung. Diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode. Wie bereits erwähnt, geht es heute um Anarchismus und Staat. Ja, ich habe mir gedacht, die letzte Folge war etwas kürzer und zusätzlich bin ich jetzt bald zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren für länger als einen halben Tag nicht zu Hause, sondern ich mache eine Woche lang Urlaub und ich wollte vorher noch etwas für euch quasi hinterlassen. Und da dachte ich mir, hey, mach doch mal über ein Thema, über das du gerne sowieso mal schon seit Längerem sprechen wolltest, aber wozu du noch nicht gekommen bist. Ich habe gesehen bzw. ich habe mitbekommen, ich habe ein bisschen rumgefragt, dass es noch gar nicht so viel Material im Netz gibt, der für Menschen, die Deutsch sprechen, zugänglich ist und in den Anarchismus einführt, vor allem gerade im Video- und Podcast-Bereich. Deswegen dachte ich mir, da das ein Thema ist, was mich interessiert, fülle ich diese Lücke einfach mal mit einer kleinen, grundlegenden Einführung. Das Getränk des Tages ist ein sogenannter Sweet Lemon Tea, ist ein Grüntee und der soll mich jetzt wachhalten, denn wir haben zu diesem Zeitpunkt 1.19 Uhr. Ja, man nimmt auf, was man aufnehmen kann, wach? So, also. Dann fangen wir mal an. Auch wenn die Geschichte anarchistischen Gedankenguts eine viel längere Zeitspanne umfasst, so ist man zum ersten Mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts so richtig auf den Anarchismus aufmerksam geworden. Die Gründe dafür sind allerdings nicht unbedingt die besten, und zwar ist man aufmerksam geworden, als mehrere theoristische Akte auf die Kappe von Personen gingen, die sich als Anarchisten identifizierten. Aus diesem Grund wurde es seinerzeit als kontemporäres, bösartiges Phänomen verstanden. Aus diesem Grund bemühte man sich in den ersten Arbeiten zum Anarchismus nicht wirklich damit, diesen zu verstehen, sondern eher, wie man diesen auslöschen könnte. Eine Arbeit, die hier trotz selbigen Motiven heraussticht, ist die von Paul Elsbacher, und zwar Der Anarchismus, erschien 1900. Was ihn unterscheidet, war sein Versuch, den Anarchismus wirklich verstehen zu wollen. Er sieht nach seiner Beschäftigung mit Goodwin, Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin, Tucker und Tolstoi, dass Anarchismus nicht nur ein rein negatives, destruktives Programm bietet, wie auch heute für viele noch in den Köpfen ist, sondern auch einen kreativ kreierenden Aspekt, welchen er als dessen Essenz identifiziert. In diesen auch inhaltlich diversen Schriften sieht er als Gemeinsamkeit die Negation des Staates. Damit ist bis heute die am weitesten verbreitete Definition für Anarchismus gegeben, neben Chaos und so weiter, aber diese Definition ist äußerst fragwürdig. Damit ist der erste Grund dafür etabliert, warum es sinnvoll ist, in das Thema Anarchismus über seine Beziehung zum Staat einzusteigen. Die anderen Gründe sind zum einen, dass viele AnarchistInnen sich damit beschäftigten, zu zeigen, warum Anarchismus mehr als nur ein Antistaatismus ist, wenn man das so sagen möchte, da es viel eher um konstitutive Eigenschaften des Staatswesens geht und so weiter und zum anderen, weil durch diesen Fokus auf das mehr als vergessen wurde, wie das Konzept des Staates im Rahmen des Anarchismus funktioniert bzw. kritisiert wird. Natürlich kann ich hier nicht in einer Episode der ganzen anarchistischen Tradition gerecht werden, das ist auch nicht mein Anspruch. Hier geht es erst einmal um eine grobe Übersicht über das kritische Verhältnis aus Perspektive des Anarchismus. Sprechen wir erstmal über Regierung und politische Autorität. Wenn wir von politischer Autorität sprechen, dann sprechen wir in einem Rahmen, in dem das Wort Macht viel Gewicht trägt. Bei dieser Macht, die durch die politische Autorität verkörpert wird, handelt es sich um eine, der es an moralischer Legitimität fehlt. Oder, um es positiv und damit etwas stärker auszudrücken, die moralisch illegitim ist. Da der Machtbegriff in der Soziologie, politischen Theorie und Philosophie inzwischen ein äußerst komplexer Begriff ist, werde ich hier den Begriff der Macht aus Gründen der Übersichtlichkeit ein wenig vereinfachen. Beim Begriff der Macht geht es entweder um die hypothetische oder tatsächliche Fähigkeit, mit etwas oder jemandem etwas zu machen, zum Beispiel Geige spielen, oder die hypothetische und oder tatsächliche Fähigkeit, über jemanden oder etwas zu bestimmen. Im Rahmen der politischen Autorität geht es vor allem um Letzteres, die hypothetische und oder tatsächliche Fähigkeit, über jemanden oder etwas zu bestimmen. In einigen Fällen geht diese Form der Macht so weit, als dass diejenige Person, welche zum Objekt der Macht wird, zum Gehorsam bewegt wird, obwohl dasjenige, wozu diejenige Person bewegt werden soll, den Werten oder Wünschen der Person widerspricht. In anderen Fällen geht es um die Absicherung der Freiwilligkeit der Person, was eine subtilere Form des vorherigen Falles ist. Wie das Ganze in der Realität aussieht, um das ein bisschen aus diesem verwirrenden Satzkonstrukt herauszuholen, das sollte sich leicht vorstellen lassen. Im ersten Fall könnte man sich vorstellen, wie die jeweilige Exekutive des Staates, zum Beispiel die Polizei, durch Einsatz von Gewalt jemanden dazu bringt, etwas zu tun, oder alternativ etwas zu unterlassen. Im zweiten Fall braucht es nicht mehr die Anwesenheit der Polizei, alleine zu wissen, dass es sie gibt und dass man ihrer Gewalt ausgesetzt wird, wenn man nicht in Anführungszeichen freiwillig gehorcht, bewegt einen dazu, so zu handeln, wie es vom Gesetz gewollt ist. Der Autoritätsanspruch bezieht sich nicht auf den Inhalt, sondern nur auf die Form. Man soll auf denjenigen hören, der durch das Recht dazu legitimiert wird, Autorität überein zu haben. Dabei ist der tatsächliche Inhalt des Rechts in der Praxis erst einmal nebensächlich. In jeder partikularen Organisation sind die Regierenden dafür verantwortlich, dass das Ziel jener Organisation durchgesetzt und erreicht wird. Das schließt die Einflussnahme auf die Mitglieder der Organisation durch Regeln, Gesetze, verschiedene Rollen usw. ein, um beim alltäglichen Beispiel zu bleiben. Ein Sportverein hat das Ziel, sein Team zum Sieg in einem Turnier zu führen. Dafür werden z.B. feste Trainingszeiten und Trainingstage, ein einheitliches Trikot, Regeln für das Miteinander, Trainer und Coaches, Strafen für das Verpassen eines Trainings usw. organisiert. Das, was nun ein Staat von einer dieser partikularen Organisationen unterscheidet, ist, dass er selber alle partikularen Organisationen in sich autorisiert, also zulässt, während er als einziges sich selbst autorisiert und nur von seinesgleichen legitimatorisch anerkannt werden kann. Das bedeutet auch, dass dieser Einorganisation die Macht über alle partikularen Organisationen im Rahmen eines bestimmten Territoriums zukommt und bestimmte Funktionen ihr alleine vorbehalten sind. Zu diesen Funktionen zählt das bereits erwähnte selbstlegitimatorische Gewaltmonopol. Kommen wir also nun zur Illegitimität von Autoritäten. Iris Marion Young definiert Beherrschung als institutionelle Bedingungen, welche die Menschen daran hemmen oder hindern, sich an der Bestimmung ihrer Handlung oder der Bedingungen ihrer Handlung zu beteiligen. Die Kritik an der Einschränkung des Individuums durch den Staat ist natürlich nichts, was nur dem Anarchismus zukommt. Viele liberale PolitiktheoretikerInnen sehen ein, dass es Formen der ungerechten Beherrschung durch politische Autoritäten gibt und versuchen theoretische Systeme zu entwickeln, denen zufolge Regierung und die Freiheit und der moralische Charakter des Individuums vereinbar sind. Eines der Probleme hierbei ist jedoch die Anerkennung. Denn eine Regierung muss nicht einmal von dem Individuum als legitim anerkannt werden, um auf Mittel zurückzugreifen, die das Individuum dazu zwingen, die Regierung zumindest funktionell anzuerkennen. Dies bedeutet wiederum, dass eine Regierung prinzipiell genauso illegitim wie jede andere Oppositegruppierung ist und lediglich durch ihr Gewaltmonopol sich gegenüber diesen legitimieren kann. So wird es zum Beispiel die parlamentarische Demokratie in Deutschland vom Prinzip her so illegitim wie die Reichsbürger. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Regierung das Gewaltmonopol besitzt und somit dominiert. Kleine Anmerkung. Ich möchte hierbei anmerken, dass man dennoch durchaus qualitative Unterschiede bei Regierungsformen und ihren Konstruktionen machen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Es soll nicht gesagt sein, dass eine parlamentarische Demokratie genauso schlecht sei, wie was auch immer sich Reichsbürger erträumen. Was gesagt sein soll, ist, dass wenn die Reichsbürger das Gewaltmonopol besäßen, sie auch die Macht hätten durchzusetzen, was auch immer sie wollten und dies denselben Legitimitätsanspruch hätte, da beides auf dem gleichen Prinzip fußt. Auch sollte man erwähnen, dass die Art und Weise des Zwangs unterschiedlich sein kann. Zwischen zum Beispiel einer Ausnüchterungszelle in einer Kleinstadt und Alcatraz sind selbstverständlich Unterschiede zu machen. Es geht hier momentan wirklich nur um die prinzipielle, legitimierende Ebene. Hier setzt auch zum Beispiel Bakunins Kritik an. Er ist zum Beispiel nicht gegen jede Form von Autorität und er betont das. Wenn er jemanden braucht, der weiß, wie man ein Haus baut, der weiß, wie man infrastrukturelle Elemente wie Bahnschienen am besten implementiert und so weiter und so fort, dann wird er sich an die jeweiligen Autoritäten wenden. Was er ablehnt, ist, dass diese Autoritäten sich ihm aufzwingen. Er schreibt, und ich zitiere hier in einer Übersetzung von mir, weshalb eventuelle Fehler möglich sind, Ich höre ihnen frei und mit allem Respekt zu, den ihre Intelligenz, ihr Charakter, ihr Wesen verdienen und behalte mir immer mein unbestreitbares Recht auf Kritik und Zensur vor. Ich begnüge mich nicht damit, eine einzige Autorität in einem bestimmten Zweig zu konsultieren. Ich konsultiere mehrere. Ich vergleiche ihre Meinung und wähle das, was mir am fundiertesten erscheint. Das bedeutet, dass es Bakunin darum geht, den Grund für dasjenige, was ihm geraten wird, selbstständig zu überprüfen und seiner Überprüfung entsprechend entscheiden zu können und nicht, weil er dazu gezwungen wurde. Der zwungene Gehorsam setzt, um sich legitimieren zu können, die Unfehlbarkeit des Regierenden voraus. Er darf nicht falsch liegen, können. Ansonsten zerfällt die Fassade der rationalen Legitimität, die nur durch die Spannung der im Hintergrund liegenden Gewalt erhalten bleiben kann. Auch wenn das schon schlecht für die Regierung ist, so rein von der Kritik her betrachtet, so bleiben wir an dem Punkt nicht stehen. Denn die Regierung als solche gibt es in Wirklichkeit nicht, nur als Konstrukt, hinter welchem Menschen sitzen. Das mag auf den ersten Blick trivial klingen, jedoch erleichtert das die Situation nicht unbedingt. So sehr man sich auch bemüht, so wird man, so die anarchistische Kritik, immer Menschen unter den Regierenden haben, die um der Macht willen regieren. Das Problem damit ist, dass diese Personen auch die Menge ihrer Macht erhöhen wollen. Diese machtgetriebenen Regierenden werden ihre auf das Wohl der Menschen gerichteten KollegInnen behindern, ihnen schaden oder sie vollkommen aus dem Verkehr ziehen. Alleine das Besitzen von Macht soll bereits korrumpierende Tendenzen aufweisen. Aus diesem Grund lehnte Kant die Karriere des Politikers für den Philosophen übrigens auch ab. An dieser Stelle grüße an Habeck. Das mag alles, auch wenn vielleicht nicht so ausführlich, etwas sein, das jeder schon einmal gedacht oder zumindest gehört hat. Das ist das Erstaunliche an der Ideologie. Sie hält das Ganze am Laufen, die Funktionen werden weiter ausgeführt und das, obwohl jeder an der Reinheit und Gerechtigkeit des bestehenden Systems seine Zweifel hat. Wer mehr über Ideologie hören möchte, dem empfehle ich, in die letzte Episode reinzuhören, in der ich, auch wenn mit einigen vorausgesetzten Vorkenntnissen Slavoj Zizeks Ideologiebegriff rekonstruiere und an einem praktischen Beispiel anwende. Kommen wir nun zu dem Nationalstaat. Auch wenn ich hier viel von der Regierung oder der politischen Autorität gesprochen habe, so findet man in den klassischen anarchistischen Werken meistens für all diese und weitere Begriffe das Wort Staat. Dabei habe ich eingangs das versucht zu umgehen. Der Grund dafür ist, dass man häufig, gerade heute, beim Staat an den Nationalstaat denkt und dabei andere Regierungsformen vergisst. Es lohnt sich dennoch, einen Blick auf das Phänomen des Nationalstaats zu werfen, wie man ihn seit dem 17. Jahrhundert kennt. Dieser unterscheidet sich beziehungsweise es ist nicht richtig zu sagen, wie man ihn kennt, sondern er ist im 17. Jahrhundert entstanden, heißt, wie er sich seitdem entwickelt. Dieser unterscheidet sich von anderen Staatsformen durch vier Charakteristika. Erstens, Gleichsetzung von politischer und nationaler Identität. Der Nationalstaat hat historisch betrachtet für eine Zusammenführung von politischer und nationaler Identität gesorgt. Wenn man zum Beispiel in das antike Griechenland schaut, dann war die Identifikation mit der Nation nicht dasselbe wie die Identifikation mit dem politischen. Hier wurden somit polito-geografische Zuordnungen mit dem kulturellen und sozialen verbunden. Und wer hier eine Disposition für den Ethnienbegriff der Neurechten findet, der, so meine Einschätzung, liegt damit vielleicht gar nicht so falsch. Zweitens, Souveränität. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Regierung braucht der Nationalstaat die Anerkennung anderer Nationalstaaten, um auf seinem Territorium mit seinem Gewaltmonopol regieren zu können. Drittens, Zentralisierung und Expansion politischer Macht. Der Nationalstaat konzentriert seine Macht beziehungsweise die Regelung dieser auf einen bürokratischen Apparat und erweitert den Einflussbereich seiner Macht auf die Bereiche der Leben der Individuen, welche vorher als privat wahrgenommen wurden. Viertens, das Symbolische der politischen Autorität. Der Nationalstaat reifiziert sich, indem er eine Trennung zwischen der Regierung und dem Staat kreiert, wobei Letzteres die Summe aller Menschen und Institutionen innerhalb des Staates bildet und somit nur als symbolisches Konstrukt funktioniert, welches dadurch erhalten bleibt, dass die Regierung sich selbst außerhalb dieser setzt, jedoch nur als Symbol außerhalb des Staates existiert. Hier findet man auch erste Spuren der Zerbrechlichkeit des Nationalstaates, da seine Ideologie darauf baut, dass dasselbe als der große andere, welcher konstitutiv wirken soll, aufgebaut wird. Somit gleicht die Regierung dem Cartoon-Charakter, welcher bereits über die Klippe gelaufen ist, aber erst beim Blick gen Abgrund, heißt, im Moment des Eingeständnisses der falschen konstitutiven Distinktion, den Boden unter den Füßen wirklich zu verlieren und abzustürzen droht. Auch wenn die generelle Kritik gegen Regierungen und politische Autorität hier auf die gleiche Art und Weise angebracht werden können, da das Prinzip dasselbe ist, so wird speziell beim Nationalstaat häufig besonders auf dessen Fiktionalität als Kritikpunkt gesetzt. Hier könnte man jetzt gegen simplistische Kritiken ansetzen und sagen, dass es eben jene Fiktionalität ist, die realer ist als die Realität und würde man der Realität, heißt dem Staat, die Fiktion, heißt die Regierung entziehen, dann würde der Staat, heißt die Gemeinschaft und Institution zusammenbrechen. Dies ist natürlich nur ab dem Zeitpunkt wünschenswert, ab dem die betroffenen Personen nicht in die Leere stürzen würden. Dafür benötigt es aber unter anderem einen signifikanten hegemonialen Einfluss und die Errichtung alternativer Institutionen, welche die Zerstörten bereits zum Zeitpunkt des Verlustes der Realität ersetzen. Das mag jetzt alles ein wenig überfordern und es ist auch nur ein kleiner Einwurf, der mehr mich als den klassischen Anarchismus repräsentieren soll. Aber das ist der Grund, warum ich gerne im hegelianischen Sinne sage, dass meine Konzeption des Anarchismus dann erscheinen wird, wenn er bereits längst da ist. Gerade der bürokratische Apparat wird für seine kalte Natur kritisiert, der sowohl gegen die Freiheit des Individuums als auch gegen die kollektive Selbstbestimmung angeht. Des Weiteren wird das Kriterium der Souveränität dafür kritisiert, dass es dafür sorgt, dass alle anderen Formen gesellschaftlicher Organisationen als antagonistisch angesehen und durch die Nationalstaat zerstört werden müssen. Und dass durch die Konstruktion des Anderen, welche eng mit der Gleichstellung der politischen und nationalen Identität als Nationalität zusammenhängt, zur Diskriminierung anderer Ethnien, in Kultur, in Religionen usw. usf. sorgt. Nun mag man sich fragen, wie Alternativen aussehen könnten und ob es jemals etwas wie eine anarchistisch organisierte Gesellschaft gab. Zur Geschichte verschiedener anarchistischer Unternehmungen wird es zukünftig bei Interesse sicher noch einiges geben. Auch wird man sich fragen, wie denn das Freiheits- und Gerechtigkeitskonzept des Anarchismus aussieht, ob und wie im Negativen und Positiven, wie es z.B. Matthew Wilson in Rules Without Rulers The Possibilities and Limits of Anarchism gemacht hat. Darauf werde ich zwar jetzt noch nicht antworten, aber bezüglich dieser Distinktion verweise ich auf meine Episode über Hayek, da ich diese dort bespreche und kritisiere. Seid euch versichert, dass es hier einiges Interessantes und vielleicht auch Überraschendes über Anarchismus zu hören geben wird, insofern das Interesse besteht. Ich werde natürlich weiterhin auch unabhängig vom Anarchismus Themen behandeln, jedoch möchte ich diesen Themenkomplex zumindest bis Grundlage geschaffen sind mindestens etwas in den Vordergrund rücken. Ja, das war eigentlich schon die Episode. Was ich noch anmerken wollte, ab jetzt gibt es auf Patreon, ich werde das versuchen zu machen, das ist jetzt ein Test, versuchen, eine Mitschrift der Episode anzufertigen und die dort hochzuladen als Text für alle Patreons. Ansonsten hoffe ich, dass die Episode euch gefallen hat. Wenn ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr mir die gerne schreiben. Ansonsten natürlich, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend beziehungsweise morgen. Ich denke mal, ich werde das in ein paar Stunden auch laden, wenn es eine etwas humanere Zeit ist, damit die Folge nicht ganz untergeht. Ja. Eine schöne Woche noch. Wir werden voneinander wieder hören. Tschüss.